Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat auf einer Sitzung der regierenden Arbeiterpartei neue Vorsätze für das Militär ausgerufen. Neue Kernziele für die Stärkung der Selbstverteidigungsfähigkeiten 2023 seien in Vorbereitung auf die verschiedenen Schwankungen der politischen Lage vorgestellt worden, berichtete Nordkoreas offizielle Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Die Ziele seien wegen der neu entstandenen, herausfordernden Situation auf der koreanischen Halbinsel und in der breiteren politischen Landschaft nötig, zitierte KCNA Kim. Details wurden zunächst nicht bekannt, aber Kims Äußerungen könnten darauf hindeuten, dass das isolierte Land seine militärische Aufrüstung weiter beschleunigen wird. In diesem Jahr hat Nordkorea so viele Raketen getestet wie noch nie. Zudem wachsen Befürchtungen, dass das international abgeschottete Land erstmals seit 2017 wieder vor einem Atomtest stehen könnte. Subtitelung des ZDW